I don't care I love it I don't care Was denn? Nein! Nein! Fuck Komm zurück Jawoll! Yes! Hey da ist Oh nein, 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 geh weg Oh, fick dich So'n scheiß Atme Was stand da auf dem Schild? Guck mal, was auf dem Schild da links, rechts steht Was? LOL Ja, da steht LOL Oh, nee, Mann! Hier sind so viele Eheh, 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 eheh Ich glaub das war noch unsere Testläufe, oder? Nein, nein, nein! Ich muss eben kurz Lied wechseln Hier ist ein Minecraft für dich Ich will die einholen Hier war ein, äh... Nein, 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 nein! Ey, da kommen wieder welche WOOOOO! Nein! Hier ist Minecraft für dich Ja, ich hab eins mit dem Bogen getroffen Das zweite konnte ich nicht mehr erwischen Eins hab ich abgeschossen Okay Umso weniger Minecarts auf der Strecke sind, umso besser Lol Hätte ich nochmal, wollte ich ja nochmal verschönern, ne? Ich glaub, Laufen wär eindeutig schneller gewesen Geht so Ne, glaub ich nicht Also ich bin gleich da Ja, nur ich nicht Ah, jetzt dürfte ich gleich angucken Kommt schonmal Ich war etwas blöds, die Die buggen Egal Also es funktioniert nicht ganz mit den Minecarts Die bleiben dann kurz vorher stehen, wenn die alleine fahren Müssen... Muss ich nochmal um... 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 umprogrammieren Den ganzen Mist Ja, ja Oh, man Fahr Minecart Ich hab eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Minecarts Können sie alle mal in der Truhe da aufbauen Jawoll! Nein! Und da fährt's geboostet weiter Ich glaub, die größte... Größte Teil der Strecke bin ich selbst gelaufen Oder hab versucht irgendwelche... Minecarts abzuschießen Okay, du weißt noch, wo das Portal ist, ne? Ja, das war im... äh... Im Dorf Aber ich kann ja direkt zu meinem Haus hier aus Splattenstein Oh, ich bin so ein Boss Also... Es ist meine Tür auf Ich bin nem... ne, ich bin nem schon... äh... beim Portal Komm her, ich... Ja, ich suche noch ein paar Sachen, die ich mitnehmen sollte Ne, Iron 2 freue ich nicht Das schwankt bei mir gar nicht Das Gras Ah, ich kann noch mal meine Rüstung mitnehmen Meine Fette Okay Ah, jetzt ist die Frage, wo sie ist Ah, jetzt weiß ich... Ein paar Landschaftsbilder... Meine Rüstung... Ich mach mein Beinschutz, George Lopez Irgendwo noch was für Pfeile Oh, jetzt mach hin, äh... Ah Ich war hier lang nicht mehr Ne, da oder was Ne Im Splattenstein des Schloss, oh So, da war ich auch nicht mehr Du hast einen guten Bogen dabei, ne? Ja Lass ich meinen da, dass ich den verliere Hehehe Wir nehmen noch einen Wassereimer mit Schür Schlafsaal Karl, der 44. Aha Okay, bin beim Portal Ja, auch schon da Ich muss auch mal eine ganze Shit holen Wee, die ganze Shit Ja, meine ganze Rüstung und Ah, sowas falsch Ah, nun Ich will die... Ich will die... Ich will die... Ich will die Neter entern Eigentlich wollten wir die ganze Zeit, äh... Diamanten holen, weil wir so viel gebraucht haben Ja, war auch kein... Geil, wir starten in Soulcent Ich glaub's Ja Ein bisschen los und können Ich denke so heavy, so wie sie mich sagen Ah, Soulcent Ich weiß noch einmal, da hatte ich so eine Minecraft-Welt Lol, ich krieg... Lol, bugging It's bugging Als hätt ich je ne... Bei mir ist es so, als hätt ich je ne Sonne Dieses... Diese Farbschimmer sind bei mir Ich hatte das mal, ähm, so ein Glowstone-Formation an der Decke Scheiße, da hinten ist ein Gast Ja, ähm, vielleicht wollen wir uns mal den Weg irgendwie markieren Böhööööööööööööööööööööb Fackeln Fackeln A party art. Wann seid ihr luschen? Werdell, da. Ich war das nicht, Pigments. Ich war das nicht, echt nicht. Da ist er. Da ist er. Fuck. Oh. Was? Ja, ich glaube, ich habe ihn getroffen. Ich schieße hier blind auf den Gast. Mal sehen, wie es noch weiter markiert. Jo, ich komme jetzt auch hinterher. Wow. Oh, ich höre es schon. Ich weiß noch, eine Zeit, da ging das nur mit... Ja, habe ich ihn getötet? Ich glaube, ich habe ihn getötet. Oder ist er über Lava? Über der Lava da hinten. Oh, scheiße. Ich sehe das hier alles gar nicht, Mann, das ist voll dunkel hier mit dem Shader. Ja, und ich habe mein Dings total kacke. Denn was? Meine Sichtweite. Äh. Superschnell. Mal schauen, ob wir, oder wollen wir mal versuchen, eine Dings-Farm zu bauen? Eine was-Farm? Äh, netter Rat. Ja, kann man mal versuchen. Ich habe keine Faktis mehr. Ich habe auch... Nee, ich habe aber noch Kohle und Holz. Ja schon, da ist das, was meine. Och, Alter, lass mal nicht hier weitergehen. Nee, ganzen... Ich will aber in die, in die Burg da. Ich sehe ja keine. Ja, dieser war, über den Lava. Wir sollen da ganz vorsichtig hingehen. Geronimo! Mama? Oh nein. Oh, nein. Oh, nein. Ganz vorsichtig bin ich hier. Och, Alter, ich habe voll Schuss. Ich will mein Schwert erledigen nicht verlieren. Nein, ich greife keine Zauber an. Also hier auch ein bisschen blöd. Ja, geht so. Ich sehe ja schon mal den Rückweg. Ich sehe schon mal den Arbeitsweg. Oh, hier habe ich gefunden. Sauberbau ab. Ja, ich sehe schon mal den Rückweg. Summe ist, wenn wir irgendwie von übel vielen Monstern verfolgt werden, unser Rückweg zum Portal führt über Source Cent. Ja. Aber ich glaube, die werden doch auch nicht schneller. Aber stimmt, Garst. Oder Blazers. Scheißenrück, stimmt. Ah, da ist noch mehr Quarz, aber das ist über Lava. Wohl kann ich das sichern. Stimmt. Weißt du, was bei Tackett so kacke ist? Da gibt es ja auch Nähtererze, ne? Ja. Wenn man die abbaut, dann werden die aggressiv. Nähtererze? Ja, wenn man die abwehrt, dann werden die Pigments aggressiv. Auf einmal. Ja, das sind das ihre. Ja, das sind ihre. Oh. Boah. Allerwärm, dass du hier das alles übersehen hast, hier ist übel viel Quarz. Quarzbrot. Du bist ein Quarzbrot. Meine Mutter. Wo ist Quarz? Ja, da war ich auch gar nicht, mal. Übelst du das hier irgendwie im Namen Fall? Noll, warum ist der Komplett? Weil ich das so hingebaut habe. Achso. Wollen wir mal ein bisschen zusammenbleiben? Ja, ich bin noch hier bei dir. Ich hab, ich seh das noch nicht gemacht. Wie ist deine Render Distance? Eins? Ich glaub short. Weil PC lecken. Achso. Nein, nein, nein. Junge, Junge. Junge, pass auf, pass auf. What the fuck? Hast du Schweiß? Ach, geht dir eh nicht. Äh, ja gut. Och, puh, Mann. Hast du Food? Ja, ich hab genug Food. Ich hab 21 Steaks und 64 Kronen. Nein, nein, nein. Bist du jetzt auch? Lol, fuck. Ein kleiner Lavastrom, ne? Mhm. Du brennst immer noch. Ja, ich hab aber Rüstung. Ich hab auch Rüstung. Alter, ich muss immer die Rüste. ganz Flux-Pavilien zu bauen. Alter. Das ist hier echt Todesdingens. Ist ja auch die Hölle. Ja, aber der Strom hier. Ich muss bei ihm schon wieder zurückkommen. Ja, ich hab 28 Quartz und du? 21. Oh, alter, ich hatte schon richtig Schuss vor den Zombiepick und es ist so wichtig, war nicht mehr Wettbewerb-Branddinger. Ja, ich hab das gerade so gesehen. War ein bisschen abbauen? Ahne, ich brauch allgemeinung ein bisschen. Hier ist Quartz. Das ist gerade eine Schicht noch weggebaut, die du nicht weggebaut habt. Ähm, ja. Bis sie sonst noch irgendwo Quartz-Oberflächlich. Da können wir... Setz um ein paar Fackeln für Rückweg. Mhm. Ich bin jetzt wieder Level 10. Leuchte mir ein Magma Cube. Soll ich den töten? Ja, tötete den. Das droppt der. Nicht... Das hat nicht getroppt. Ne, Quartz. Ja, hier war ich auch noch nicht. Ich muss die bei Fackeln setzen, weil bei mir das so dunkel ist. Aber mir wird auch immer dunkel. Also ich will, ich sehe, dass ich sie dann wirklich gar nicht. Hier kann man schönes Aufbauen. Der Witze da, Witze dahin. Pass auf, Mann. Ja, da ist die Burg. Soll ich schon mal TP eingehen? Ja, mach mal, sicherheitshalber. Falls meine Tastatur versagt. Okay, hab. Luxement Panda Man 766 ist auch du portest dich zu mir, ne? Ja. Okay. Yes? Okay, dann... ...witern ich. Ich mach' auf dem Weg hier. Ich glaub', dann erkennen wir auch hier, dass wir hier schon waren. Und... Nicht, dass ich dich hier weg... ...ein Plan... Hier ein Turm, da ein Turm, Lava. Wo sind Gast? Wo sind Gast? Mir ist scheißegal, ich will hier rein. Hat er den Weg zerstört? Nein. Müssen wir eigentlich das Problem bauen. Ähm. Zika. Wo zum Tasten ist der? Der kommt... Oh, ne, kann ich ihn nicht sehen. Ich kann ihn auch nicht sehen. Gut, ich komm mal mal... Ich komm' zu dir. Mal ganz schnell. Oh, 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 oh Bis zum nächsten Mal.